Wo liegt das One Piece oder warum war noch niemand da? Seit Beginn der Story hab ich mich da schon gefragt Die Regierung lässt die Wahrheit hier vernichten Wann man fürchtet, dass man dann über sie richtet? Wofür steht das D im Namen? Für den Teufelsmensch ist es der Wille, mit dem man die Regierung sprengt So viele Lügen, was ist damals bloß passiert? Wird die Regierung diesen großen Krieg verlieren? Es gibt ne große Lücke in dieser Geschichte Ein Mysterium, über das wir nichts wissen Was geschah vor tausend Jahren für Kamur der Birka? Weil die Regierung mit Mächten gespielt hat Sie brauchten Hilfe, suchten einen sicheren Ort Gaben euch Wissen, ihr ihnen Völkermord Ihr hattet Angst, es folgte Empörung Bastakol, Ohara, die nächste Zerstörung Wir rechnen mit euch ab, die Rebo steht bereit Der neue Ende kommt, so Wort ist prophezeit Die Wahrheit kommt ans Licht, wir rechnen mit euch ab Die neue Ära kommt, wir haben's fast geschafft Jetzt kommt die Wahrheit, wir sagen die Vision Macht euch bereit für die Revolution Euer Ende wird kommen, das ist unsere Mission Stoppt die Regierung, hier wird keiner verschont Es gab so viele Kriege, wie oft wart ihr involviert? Was ist damals mit dem Volk dieser Dees passiert? Ihr habt sie ausgelöscht und auf Recht getan Doch insgeheim war das euer Masterplan Und auch nach all den Jahren wollt ihr es leugnen Tötet als kalt die Wahrheit und all ihre Zeugen Ihr macht auf Götter, das ist ein Verbrechen Mit diesem Sturm wird man nicht rechnen Das Versprechen, die Legende an Rogers Grab Dieses Lächeln, als er dort in Ehre starb Ihr werdet vernichtet von diesen Strömen Alles hat nen Faktor, selbst das Gute im Bösen Macht euch bereit, denn euer Ende steht nah Alles kommt zurück, so wie es damals begann Wird die Wahrheit bekannt, ist es für euch zu spät Die Revolution kommt und eure Zeit wird vergehen Wir rechnen mit euch ab, die Rebo steht bereit Der neue Ende kommt, so Wort ist prophezeit Die Wahrheit kommt ans Licht, wir rechnen mit euch ab Die neue Ära kommt, wir haben's fast geschafft Jetzt kommt die Wahrheit, wir sagen die Vision Macht euch bereit für die Revolution Euer Ende wird kommen, das ist unsere Mission Stoppt die Regierung, hier wird keiner verschont Kauft euch jetzt den Song auf iTunes, Amazon MP3 oder Google Play Und unterstützt die Crew bei der Verbreitung dieses Werts Auf geht's